Das könnte die Entscheidung sein. Jakiri, frei wird zurückgehalten. Jakiri und der Töck! Jakiri, 1 zu 1, ein Wunder-Tor! Das 2 zu 1 nach 77 Minuten. Ausgerechnet der 17-jährige Sherdan Jakiri erlöste den FCB und zum 4 zu 1 traf. Basel mit Jakiri, auch eher ein Mittelfeldakteur, auch eher torgefährlich. Es fängt 2 zu 0. Und in der Mitte, Jakiri! Ein Traumtor des jungen Nationalspielers! Das wäre natürlich Gift für die Moral des Unterklassigen. Und da ist der zweite Trennung von Jakiri! Der Doppelschlag! 30. Minute! Der Ball hat genau gefasst! Untertitelung des ZDF für funk, 2017